Krümel Krümel Weich durch meine Hand Vom Korn zum Brot Von meinem Tisch in den Ofen Von mir Für dich Denn Brot Bedeutet Leben Mein Leben Ich bin Michael Der Bäcker Ein Strom aus Augenblicken Ein Rausch Heute geht alles schnell Tick, tack, tick, tack Immer schneller, immer schneller Es scheint, als tickt die Uhr hier etwas langsamer Er nimmt sich alle Zeit der Welt Geht sein eigenes Tempo Michael Saugt jeden Moment auf Und sammelt sorgfältig jede Begegnung Mit einer Ruhe Die viele schon verlernt haben Betritt der junge Mann Jeden Morgen seinen Arbeitsplatz Die Bäckerei Aregak Bakery and Café In der Michael täglich mit seinen Kollegen Für das leibliche Wohl zahlreicher Gäste aus der Umgebung sorgt Die Bäckerei Bietet nicht nur gutes Brot Gebäck oder heißen Kaffee Sondern schafft Arbeit Und Ausbildung Für Bäcker wie Michael Die modernen Maschinen In dem barrierefreien Gebäude Schaffen optimale Bedingungen für das Team Experten und Meister Aus umliegenden Ländern Geben ihr Wissen weiter Und erweitern das Sortiment Mit einer internationalen Auswahl Im Vordergrund steht die Wertschätzung für die Arbeit Michael kann durch die Arbeit Geld verdienen Und seine Familie finanziell unterstützen Hier steht nicht sein Down-Syndrom im Vordergrund Sondern seine Talente Nach dem Vorzeigeprojekt Emils kleine Sonne Dem Förderzentrum für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung Folgt nun die Aregak Bakery and Café den Standards Und schafft einen Ort An dem Jugendliche mit Beeinträchtigung In ihren Potenzialen gesehen und gefördert werden Und von wo aus an der Überwindung von trennenden Barrieren gearbeitet wird Vom Korn zum Brot von meiner Hand auf deinen Teller Meine Arbeit Meine Aufgabe Mein Leben Ich bin Michael Der Bäcker Der Bäcker Und schafft einen Nach-Titas inанию Und ein Flugzeug Der Bäcker W underway Und das schafft einen ziet��고 Der Bäcker Wir nehmen im Militär Mit dem